Liebe Kinder, heute erzähle ich euch die ganz alte Geschichte. Diese Geschichte kam im Jahr 1963 zum ersten Mal raus. Diese Geschichte ausgedenkt und die wunderbaren Bilder gemalt hat ein Mann, der Celestino Beati geheiss. Die Geschichte heisst Eulenglück. Dass wir es jetzt wieder im Laden kaufen können, ist, weil der Nord-Süd-Verlag im 1993 das Buch neu rausgegeben hat. In einem alten Gemühe lebte ein Eulenpaar. Diese beiden waren Jahre, Jahre aus sehr glücklich. In der Nähe war ein Bauernhof mit viel Federfein. Die hatten nichts anderes im Sinn, als zu fressen und zu trinken. Wenn die Hühner, Gänz, den Pfau und die Ente genug gefressen und getrunken hatten, dann sind sie übereinander hergefallen. So ist es das ganze Jahr durchgegangen. An einem schönen Tag hat der Pfau die Eulen in ihrem Schlupfwinkel entdeckt. Es hat ihn gewundert, warum die zwei nicht miteinander gestritten haben. Sollten sie auch glücklich sein? Er hat allen seine Entdeckung bekannt gemacht. Das Hühnervolk hat dem Pfau vorgeschlagen, die Eulen zu besuchen. Er soll sie fragen, warum sie so still und friedlich zusammenleben. Mit einer Verbeugung hat der Pfau den Auftrag angenommen. In seinem ganzen Prunk ist er dahin stolziert. Bei der Eulen angekommen, hat er ein Rad geschlagen, dass seine Federn gerade geräuscht haben. Und er hat mit dem Fuss gescharrt, um sich bemerkbar zu machen. Die Eulen haben grosse Augen gemacht, als sie gehört haben, was er von ihnen wissen will. Aber sie haben gesagt, Schuhe, gut, liebe Pfau, geh nur und hol deine Freunde. Wir wollen euch alles erklären. Als das ganze Federfein versammelt war, haben die Eulen angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Wenn der Frühling kommt, dann freuen wir uns zu sehen, wie alles aus dem Winterschlaf erwacht. Die Bäume tragen wieder hunderte von Knospen und Blätter und in der Wiese wachsen tausend kleine Blumen. Alles juchtet um euch herum. Um jede Blüte schwirren Bienchen, Hummelchen und Möckchen. Schmetterlinge flatteren von Kelch zu Kelch und sammeln Honig aus den goldenen Sonnenblumen. Die schöne Sommerzeit ist da. Schuhe, wenn alles voller Pracht steht, winken uns die Bäume mit ihren Kronen zu. Von Regen und Sonnenschein genährt, wächst alles und wird üppig. Dann sitzen wir im Wald, an einem schattigen Plätzli und sind glücklich und zufrieden. Schuhe, bald wird's Herbst. Die Spinne, die unter einem Blatt verborgen den herrlichen Sommer bestaunt hat, breitet jetzt ihr Netz aus, um die müden Blätter noch ein bisschen zusammenzuhalten. Wenn alle Blätter gefallen sind und der Herr mit Schnee bedeckt ist, ziehen wir wieder da her, in unser altes Haus und leben den ganz langen Winter still weiter. Was für ein Unsinn! Go, 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 go! Haben die Hühner die Ente, die Pfäu und die Gänse gerufen, weil sie nichts verstanden hatten. So, go, go, go! Kann man doch nicht glücklich sein! Go, go, go! Das Hühnervolk, das lieber hätte prunken, fressen, trinken und streiten, hat der Eule den Rücken zugekehrt und so weitergelebt wie vorher. Die Eule aber, die sind noch ein bisschen näher zusammengerutscht. Sie haben mit ihren grossen, runden Augen geblinzelt und sind wieder in ihren friedlichen Gedanken versunken. Das war die Geschichte vom Celestino Piatti, Eulenglück. Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Was macht dich im Moment glücklich? Verzählst du es mir? Ich gehe jetzt schauen, was mich glücklich macht und sage dir Tschüss. Bis bald. Deine Frau Bamberger